Hallo liebe Leser, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem vierten Gewinnspiel der Aya-Zutia-Zeitschrift. Wir werden heute zwei Gewinner verlosen. Den ersten los bin ich Ziel. Hier, dieser Gewinner wird ein CD enthalten, gehalten. Der zweite Gewinner wird ein Buch erhalten. So, hier sehen wir erst einmal alle Teilnehmer, die Kommentare abgegeben haben, die berechtigt sind, was zu gewinnen. So, ich mische das Ganze hier nicht, dass ihr denkt, es wird alles manipuliert. Ich meine, ist das wirklich nicht? So, ich habe jetzt alles gemischt hier. So, und unser erster Gewinner heißt, Moment, ich schaue erst einmal, Nebier Ullemais. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine CD gewonnen. So, und unser zweiter Gewinner heißt, ich habe es noch nicht aufgemacht, weil irgendwas sagten wir, ich soll ein anderer nehmen. So, und unser Gewinner wünsche ich erst einmal viel Spaß mit der CD und mit dem Buch. Und ich wünsche euch noch vielen, weiterhin viel Erfolg, ich liebe, was ihr jetzt gelebt und auch tut. Und wünsche euch, wenn ich euch wieder begrüßen sage, dass wir beim nächsten, fünften Gewinnspielen. Ich weiß zwar noch nicht, worum es geht, aber ich weiß, dass es definitiv gut ist. Alles nur Zufall? Alles eine Evolution? Wer bist du? Woher kommst du? Dieses Buch beschreibt aus einer neuartigen, modernen und wissenschaftlichen Perspektive den oft gesuchten Sinn des Lebens, des Daseins und der Existenz. Wenn du wissen möchtest, wer du wirklich bist, dann ist das Buch genau das Richtige für dich. Wer bist du? Wer sind hier? Wer bist du? Wer sind hier? Wer ist hier? Wer sind hier? Wer ist hier? Wer sind hier, Kann dir sein. ám Gitarren...... dann.